Ich habe übrigens mal gemerkt, mein 3-2-1 am Anfang ist sogar wichtig, weil irgendwie hat OBS die Aufnahme ein bisschen verzögert gestartet. Das heißt, F10 und dann 3-2-1 und los. Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einer weiteren Folge Command Block City hier mal wieder zusammen mit dem René. Genau, der ist auch dabei. Das Schrankenwirrwarr hatten wir in der letzten Folge bei mir fertiggestellt. Und ich habe das Ganze jetzt hier mal in 10 Teile aufgeteilt. Diese werden heute dann mit einem Klon-Command hierhin geklont. Und wie das Ganze aussehen wird, das schauen wir jetzt mal. Gut, was hast du so vor? Mech essen, Minecraft essen meinte ich natürlich. M-C essen, genau. Das steht hier direkt daneben. Dann können wir das ja am Ende der Folge mit ansehen. Also meine Idee ist jetzt ja, dass ich mit Klon-Commands arbeite. So, und wir beginnen natürlich mit dem niedrigsten State hier an dieser Stelle. Und dann muss ich mal sehen, wie ich es aufbauen. Das Restaurant-Mack-Essen hat so ein moderneres Design gegenüber anderen Restaurants. Ja, in real life meint ich es. Okay, dann... Hm? Ich hätte schon wieder was, um mich zu nerven könnte. Oh nein, bitte nicht nerven. Was denn? Wann ist der Supermarkt fertig? Prinzipiell könntest du den fertigstellen. Echt? Ich kann das sogar. Ich denke schon. Ja, mach ich das. Was muss ich tun? Kann ich dir jetzt eigentlich schlecht erklären. Sonst komme ich in der Folge wieder nicht voran. Dann versuche ich das mal in meiner Folge. Ja, genau. Das wäre ne Idee. Ich zeige dir das dann und dann kannst du es den Leuten mal auf deinem Kanal zeigen. Also wir beginnen ja mit dem State hier. So, meine Idee ist... Danke für 100 Abonnenten. Ich bedanke mich immer komischerweise in deinen Videos. Ja, das hattest du in der letzten Folge schon am Montag. So. Mietwoch kam keiner bei mir. Genau. Hat aber auch die Gründe, dass du ein Special gemacht hast und das ist ja auch verständlich. So. Außerdem haben wir heute nicht so ganz viel Zeit, zumindest ich. Ich habe nur bis 20 Uhr, weil ich dann anderweitig verabredet bin. Oh, mit Melanie. Unter Umständen? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht. Nein. Vor allem vielleicht. Nein, ich weiß schon mit wem ich verabredet bin. Ich muss gerade mal schauen, wie bekomme ich hier das mit den Repeatern hin. Und das Ganze schön. Ich glaube sogar in Schlangenlinien muss ich das Ganze aufbauen. Wir haben ja unten ja genug Platz. Ich gebe mir nochmal Want. Und ich würde sagen, schätzungsweise... Oh, ich hätte jetzt gesagt, die Folge ist schon 5 Minuten. Die ist gerade mal 3 Minuten, wenn es hochkommt. Noch nicht mal. Das heißt, ich habe noch genug Zeit. Ich dachte, die Zeit geht jetzt schneller um, so also... Ja, wie geht die Zeit jetzt seit den Ferienverwalt wieder langsamer um? Na, für euch ist jetzt schon wieder eine Woche Schule rum, wenn man es so sieht. Ja, vor allem eine Woche Schule rum. Also ich denke, einige werden... Na gut, aber ihr habt ja alle auf jeden Fall den Mittwoch, den Tag der Arbeit. Den habe ich sogar. Und dann habe ich sogar Mittwoch... Äh, ne, Donnerstag und Freitag frei. Das wird einige jetzt triggern, aber naja. Das ist ja schon passiert. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, das ist ja schon passiert. Du musst bedenken, die Folge kommt am Freitag. Das ist immer so paradox. Wir nehmen das Ganze am Montag auf, aber... Jetzt ist es schon Freitag, wenn man es so sieht. Für die Leute zumindest. Das heißt, meine freien Tage sind jetzt... ...gösten und heute gewesen. Obwohl es eigentlich noch nicht so ist. Paradox. Das ist kompliziert. Ja, so bekomme ich jedoch insgesamt 10 Command-Blöcke hin. Richtig? Ja. Diese könnte ich dann so. Ich könnte mal einen Fernseher machen. Ich würde es mal mit Image-to-Map verwenden. Image-to-Map können wir gerne verwenden. Also ich weiß nicht, wie es mit Versionen wechseln allerdings ist dann mit Image-to-Map. Wie es da aussieht. Weil wir müssten demnächst ja auch auf die 1.14 wechseln. Zumindest hatten wir es ja geplant und auch angefragt. Und da wird das Ganze vom Hoster demnächst hinzugefügt. Beiget. Oh, wunderbar. Ja. Genau so ist es. Da ist es noch nicht mehr, aber in Lillehalsen von 13.2, sondern nur das Beiget. Und so. Wir klonen. So, da muss ich jetzt mal mit den Koordinaten achten. Oder darauf achten, wie ich es mache. Denn ich wollte es ja so machen, dass man es prinzipiell überall hinpacken könnte. Das heißt, wir nehmen Klon von Relativ einmal auf der ersten Koordinate plus 1. Das ist die rote, die ihr da jetzt in der Mitte seht. Dann nehmen wir Minus 1 auf der anderen Achse. Und Relativ. Das heißt, wir gehen jetzt Minus 1 nach hier, plus 1 nach hier auf der roten Achse. Und dann haben wir hier diesen Block markiert. Und dann müssen wir den letzten markieren. Der ist dementsprechend vom Command-Block 1 Block, 2 Block, 3 Block, 4 Block, 5 Block, 6 Block, 7 Blöcke entfernt. Das heißt, wir sagen, wir klonen von der Koordinate 1 im Positiven und im Minus 1 im Negativen zu Minus 1 im Negativen. Ah ne, gar nicht. Minus 7 im Negativen. Und plus... Nein, Verwirrung. Aha. 1 im Positiven minus 7 hier. Weil die dritte Koordinate ist ja die blaue. Und die müssen wir um 7 verschieben, dass wir das hier klonen. So. Das Ganze können wir jetzt nämlich simpel in diesen Command-Block verschieben. Und da der 2 zur Seite ist, aber dafür hier das nächste ist, was geklont werden muss, können wir das simpel einfach verändern. Also wir müssen auf jeden Fall den Klonbefehl relativ zu der roten Achse anfangen. Das heißt, keine Verschiebung auf dieser Achse. Ihr seht ja meine Maus. Also hier auf der roten Achse gibt es ja keine Verschiebung, weil wir jetzt von hier aus nach da rüber gehen wollen. Und das Ganze ist halt praktisch, weil so können wir das jederzeit anpassen, wie wir wollen. So, und auf der blauen Achse sind es dann minus 1, minus 2, minus 3. Ich würde sagen, ich habe verkackt. Oh. Von minus 3 zu... Achso. Ja, was denn? Wieso hast du verkackt? Zu minus 10, weil wir ja... Sieht nicht so gut aus. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Dann nur minus 9. Okay, ich schaue gleich mal. 1, 2, 3... Okay, 1, 2 und das sind 7, das sind 9. Der will ja natürlich sofort schauen. Ja, klar. Ich bin nicht verkackt. Naja, es sieht auf jeden Fall schon sehr modern aus. Bin ja auch nicht zufrieden mit dem Design. Also mit den Rods finde ich es cool. Leider gibt es ja nicht Teppiche in so einer modernen Version, wie zum Beispiel Slabs. Das wäre noch cool. Warte. Ja, halt, dass die so Quarzfarben sind. Das würde ich cool finden, aber es geht ja nicht. Du hast Teppiche. Ja, Teppiche in Quarzfarben oder in Concretefarben, dass man so Platten hat. Also wie die Druckplatten in der Art, wie die goldene und die silberne. Ich hatte ja auch eine Idee, was man noch machen könnte. Ja gut, dann mach das mal. Ich habe das hier jetzt fertiggestellt, von dem Block zu dem Block. Und wir müssen noch einen nach oben, das darf ich nicht wissen. Wie findest du das jetzt? Ah ja, das sieht besser aus. Das sieht viel, viel, viel besser aus. Ich schaue einfach mal durchs Fenster. Wo ist es denn? Ja, der Boden. Der Boden? Hast du den, hast du verändert? Ja. Das passt. Das kann man nehmen. So, also schaue ich mal in den nächsten Command. So, hatte ich hier jetzt eine 1 hinzugefügt? Ja, dass wir von dem untersten Block einen noch nach oben gehen. Und dann nehmen wir jetzt diesen Command und müssen das Ganze jetzt wieder anpassen. Das heißt, wir schauen, es ist jetzt wieder auf der roten Achse. Minus 1 und minus 1, richtig? Ja, minus 1, minus 1. Und dann haben wir genau das gleiche wieder. 3 in die Richtung. Und dann auch wieder einen nach oben und wieder 9. Und das ist das, warum ich es mit dieser Variante mache. Und wir müssen dann später noch Einfügekoordinaten machen, aber darum kümmern wir uns später. Oh, ich merke gerade, ich muss sogar ein bisschen, ich müsste eigentlich von der anderen Seite anfangen zu arbeiten. Aber naja, gut, das hier ist dann die Einfügekoordinate. Denn ihr müsst wissen, wenn man die Klonkoordinaten eingibt, wird immer von der untersten linken Ecke, wo alles zusammenläuft, geklont, bis zur obersten rechten Ecke. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir fangen von hier unten an zu klonen bis hier drüben und fügen es dann irgendwie hier ein, dann wird es in dieser Orientierung auch eingefügt. Fügen wir es jetzt hier ein, wird es in die Richtung weiter eingefügt und nicht so, dass jetzt die Ecke zum Beispiel hier oben ist, sondern die Ecke. Das mit dem Klon ist so eine Sache, aber es funktioniert und das freut mich. So, Minus 1 war richtig, dann wieder ein nach oben, das haben wir auch mit drin. Minus 9 passt auch noch. Den Command können wir jetzt wieder kopieren und hier ist es dann wieder auf der relativen Ebene. Das heißt, wir nehmen den ersten wieder raus und machen hier die Minus 1 zu Minus 3 und Minus 9 und ein nach oben, sogar, nee, sogar 2 jetzt schon nach oben. Und so führen wir das Ganze jetzt mal weiter. Gut, hier an dieser Stelle müssen wir jetzt wieder schauen. Wir müssen wieder Minus 1 gehen, aber jetzt sogar noch 3 nach oben. So, Minus 1 ist drin. Das müssen wir auch hier auf der roten Achse wieder machen. Zu Minus 1, zu 3 nach oben, zu 9. So, und dann weiter in den Command-Block. Hier ist es dann wieder auf der relativen Achse, dann wahrscheinlich 4 nach oben. Dann hier die Minus 1 weg, zu Minus 3, zu Minus 9 und mir fällt gerade auf, hier muss es ja nur Minus 7 sein und hier muss es auch nur Minus 7 sein, weil die Command-Block ja näher dran sind. Hier Minus 9, da habe ich Minus 9, da habe ich Minus 9. Und jetzt muss ich nochmal hier schauen, Minus 3 auf der Achse und dann nach oben 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Okay, da habe ich einen großen Sprung gemacht. Aber vom Command-Block aus dementsprechend nur 5, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne 6 sogar. Denn wir müssen ja schauen, wir fangen hier an auf der relativen Koordinate, das ist hier, und gehen dann 6 noch nach oben vom Command-Block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sollte soweit passen. So, bei den nächsten ist es dann auch immer 6, weil das ist die höchste Position der Schranke. Allerdings geht es jetzt hier ein bisschen schmaler. Und ihr seht, hier unten habe ich mit mehr Detail gearbeitet, als hier oben, damit die Technik noch ein bisschen kleiner ist. Gut, das heißt, wir nehmen uns jetzt wieder den Command, packen ihn in den hier rein, fügen ein Minus 1 hinzu. Ja, ich bin gespannt, ob es gleich so funktioniert, wie ich möchte, aber ich denke, sicherlich habe ich irgendwo einen Fehler. Ja, so, Minus 1 zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dazu 6 nach oben, das passt, zu Minus 9 passt auch. Gut, das heißt, wir nehmen uns den Command, packen ihn hier rein, nehmen die Minus 1 raus, nehmen die Minus 1 raus, machen ein Minus 1 zu Minus 7. Genau, das muss ich bei den anderen auch schauen, ob ich da Minus 1 zu Minus 7 gemacht habe. Minus 1, Minus 7. Allerdings auf 1, dann müsste hier relativ sein, ja, ich habe da gut gearbeitet, Minus 1, Minus 7, Minus 1, Minus 7. Und hier müsste halt immer Minus 3, Minus 9, Minus 3, Minus 9, Minus 3, Minus 9. Wer mir folgen kann, echt Respekt, weil ich mache es in einer recht guten Zeit. Wir sind bei 12 Minuten und die Technik könnte gleich schon in Anführungszeichen fertig sein. So, also hier ist es jetzt wieder Minus 1, weil wir dann den nehmen, das heißt, wir fügen hier wieder ein Minus 1 auf der roten Achse hinzu und ein Minus 1 hier. Ganz interessante Sache, und René denkt sich einfach mal, gut, ich gehe. Der René denkt... Hey, können wir mal ins Zervaner starten? Können wir machen, ich würde sagen, dann machen wir einfach einen Cut. Nein, ich bin... nein, ich... nein, nein, nein. Okay, dann doch keinen Cut. Nee. Okay, klappt das wieder. Okay. Meine Texturen... Kack, war schuld. Einmal mal laden. Dann, danke, dass ich doch nicht schneiden muss, dann habt ihr hier einen lustigen In-Anführungszeichen-Fail. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Minus 1, Minus 1. Ich konnte keine Stilter schreien. Auf Minus 1, okay, komisch. Also ich konnte Stilter schreien, sie wurden noch nicht angezeigt, deswegen habe ich jetzt meine Texturen neu geladen. So, und dieser ist relativ, nur muss er wieder Minus 9, Minus 3. Einfach MC essen, einfach nur ich da so ein Mac-Tandles, also ein Mac-Essen. Ja, MC essen, Mac-Essen. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Start-Repeater hier rein, allerdings mit einer kleinen Verzögerung, damit ich auch ein bisschen Zeit habe, zu realisieren, was hier abgeht. Command Rock City geht ab. Achso, ja gut. Ich muss jetzt auch erstmal hier die Koordinaten einfügen, wo er es denn setzen soll. Und zwar soll er es genau hier einfügen immer. Ich glaube, das funktioniert nicht. Kann hier jetzt prinzipiell irgendwo was kaputt gehen? Nee, eigentlich nicht, weil ich immer nur diesen schmalen Bereich angegeben habe. So, das heißt, wir machen mal F3i. Das ist eine Tastenkombination, um hier die Koordinaten vom Block rauszufinden. Diese nehmen wir uns dann einfach und fügen die jetzt immer hinter die ganzen Commands hier ein. Das heißt, hier soll es hin. Das heißt, hier soll das da hin. So, und ich denke mal, das Ganze wird mir gleich schön irgendwie... Also, es wird lustig aussehen, das kann ich dir sagen. Wenn es funktioniert, dann wäre es krass. Aber eigentlich müsste es so funktionieren. So, dann hier noch einmal. Dann hier noch einmal. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. So, und jetzt der große Moment. Achso, ich muss nach oben, ne? Du musst nach oben, da gibt es die Schranke jetzt zu sehen. So, okay. 3, 2, 1, und los. Oh. Ich glaube, das ist auch schief gelaufen. Da ist irgendwas schief gelaufen. Nein, ich weiß sogar, was schief gelaufen ist. Ich muss von dem untersten Block hier klonen. Das heißt, einmal alle Koordinaten genau umkehren. Ja. Aber, das sah schon witzig aus. Ganz ja auf Aufnahme. Ich weiß auch nicht, warum der eine gerade eben Dirt eingefügt hat. Weil relativ, nö, eigentlich ergibt es keinen Sinn. Na gut, das muss ich gleich schauen, welcher Command was gemacht hat. Könnte also 1, 2, 3 mal hinzufügen. Aber, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass das Ganze hier wieder richtig funktioniert. Okay. Das heißt, hm? Dass es ja jemand hier immer beschwert, dass es nur halbfertige Häuser gibt. Ach ja. Ich weiß nicht, wer. Ich auch nicht. Gut. Dann wäre das ja auch geklärt. Ähm. Okay, ich möchte was sehen. Hä, wieso? Hier gibt es noch nichts zu sehen. Ich schreibe gerade alle Commands wieder um. Oh. Muss gerade sein. Da war, glaube ich, immer ein Teil wohl nicht mitkopiert, kann das sein? Nee, ich muss. Deswegen warst du durch die Schranken nicht vollständig. Nee, das ist alles richtig. Nur muss ich einmal hier die ganzen Koordinaten ein bisschen abändern. Und zwar muss ich jetzt... Bei mir ist es wieder komplett am Eskalieren. Ich hoffe, die kommt gleich nicht hoch. Na, ich muss einmal hier alle Koordinaten nach vorne stellen. Dann so ein bisschen die Höhe verändern. So. Hier genau das Gleiche. Ah, ich glaube... Na doch, ich sehe, glaube ich gerade auch schon Fehler. Hier muss ich mehr als eine Höhe von 1 angeben. Bei dem Command-Block hier. Oder? Ja, warte, was klont er denn? Dieser klont von minus 1. Nee, da muss ich nur 1 angeben. Das heißt, der hier müsste 2 angeben. Genau. So, alles noch gut. Vielleicht habe ich die Schranken halt auch nicht so schön richtig gebaut. Aber das kann man zur Not noch nachbearbeiten. Aber es geht mir halt um das Prinzip, dass ihr so seht, wie funktioniert das. Also wir klonen immer relativ, damit wir die Schranken einfach in dem Bereich verändern können. Und dementsprechend auch anpassen können, wenn wir Lust haben. So, war das jetzt 2 oder 3 nach oben? Es ist minus 1, das heißt, es geht 3 nach oben. So, 3 nach oben. Und dann hier haben wir 6 nach oben. Es wäre gut, dass ich mir das mal merke. Wenn ich es hier rausnehme, 6 nach oben, 6 nach oben. Die Höhe kommt immer in die zweite Koordinate mit rein. Das heißt, hier dann auch schon mal eine 6 mit rein. Dann hier die 6 mit raus. Hört man das? Ja, da hört man den kleinen Hund. Ich weiß nicht, ob es ein kleiner Hund ist. Das ist mein Bruder. Okay, dann werden wir... Dann machen wir die Zähne zu. Dann hätten wir das auch geklärt. Und da ist ein Hund. Das ist mein Bruder. Ja gut. Ja, ich lasse das Ganze mal ungeschnitten. Einfach so, wie es gerade da abgeht. So, dann hier das Ganze auch nochmal umändern. Ist jetzt leider ein bisschen lästig. Aber das gehört dazu. So seht ihr auch mal, was hier überhaupt eigentlich an Arbeit drin steckt. Klar kann man es sich leichter machen. Das wäre dann aber auch nicht dementsprechend so cool. So, dann den noch einmal weg. Hier schon mal die 6 einfügen. Und hier einmal das Ganze. So. Alright. Nun haben wir das Ganze schön hier gemacht. Und ich teste jetzt einfach unter. So, die Schranke ist gerade so. Und ich würde sagen, einmal los geht's. Ja, das Ganze sieht immer noch nicht so richtig schön aus. Okay, das heißt, vielleicht arbeite ich doch mit normalen Koordinaten da dieses Schrank. Ja, die hier sind. Hi. Pass ich noch vom Ton? Pass ich noch? Pass ich noch? Passt noch alles. Zupi. Ist schon komisch, wie es sich öffnet. Aber naja, gut. Ich möchte sie nicht mitsehen. Da fehlt irgendwie einmal was. Und dann ist da einmal Dirt mittendrin. Da habe ich wohl irgendwo einen kleinen Fehler. Und interessant, was ich hier für Relikte freilege. Okay. Also, ich kann ihn da mal neu erwarten. Da schau. Die ersten beiden sind gut. Dann ist es wieder ein bisschen abgekattet. Okay, hier ist das Problem. Okay, da. Okay. Gut, aber ich wollte meine Folgen eigentlich mal versuchen, so auf 18 Minuten zu halten. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Wir sind nämlich schon wieder bei 20 Minuten. Naja, gut Leute. Mit dem Bild würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo bei mir und beim René. Und natürlich die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.